Herzlich willkommen zu einer neuen Episode auf meinem Podcast. Fritz von Berlin Barbe, Stammgast Johannes Queller, bevor wir rein starten, Freunde. Checkt kurz die Links in der Beschreibung. My Protein, Code Fritz, gibt es immer noch special Rabatte. Bei Vivo Barefoot gibt es im April 25% Rabatt auf alle Schuhe, die nicht reduziert sind. Und ihr könnt die Schuhe 100 Tage testen. Und dann gibt es jetzt in der Pre-Order auch noch den neuen Berlin Barbe Support Hoodie. Da sammle ich eine gewisse Anzahl und dann werde ich die verschicken. Also wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt und gerne mit einem wunderschönen Oversized Boxcut Berlin Barbe Hoodie rumlaufen wollt, mit einem grauen Aufdruck, Jay trägt den einzig wahren und einzigen mit einem Senffarbenen Aufdruck. Den wird es so leider nicht geben. Ich werde immer damit aufgezogen, dass es nicht Gold ist, sondern Senf. Und dann starten wir rein. Ja, schön, dass du dich wieder hier eingefunden hast. Schön, dass ich wieder Herr sein darf. Herr kommen durfte. Sehr schön, wie geht es dir? So und so. Also mir geht es im Prinzip ganz gut, aber da gibt es auch persönlich so ein paar Sachen, die mich gerade belasten, die aber hier nicht rein können. So und so. Ja, mir geht so und so auch immer bipolar, gut und schlecht. Also es ist völlig egal. Wir haben ja vorhin schon darüber geredet, wie eigentlich so diese Personal Training Welt sich jetzt gerade wieder in vollen Zügen entfaltet. zum Beginn des Frühlings. Alle haben gemerkt, ey, wir haben Januar bis Januar, Februar, März, haben wir wirklich alle wieder nichts hinbekommen. Und jetzt im April ist geiles Wetter und wir sehen zwar immer noch scheiße aus, aber jetzt kann man wieder saufen, dementsprechend ist auch egal. Das ist original die Entwicklung in meinem Gym. In Berlin hast du doch mit den ganzen Personal Trainer, wenn die im Park trainieren wollen, dann müssen sie doch jetzt so eine Gebühr bezahlen. Ja, das ist schon seit letztem Jahr, glaube ich. Ja, genau. Also ich glaube, deshalb gibt es auch einfach kaum noch, ich weiß es nicht, wie die das jetzt machen. Wie findest du das, dass man dann eine Gebühr zahlen muss? Vollkommen albern. Okay. Also wirklich, weißt du, die nehmen diese Parks und das ist vollkommen legitim und in Ordnung, dass du da deine Orgie feierst, die Wiese komplett ramponiert mit Kippenstummel, zerbrochenen Bierflaschen, komplett kaputten Alkoholflaschen, leeren Alkoholflaschen, Müll ohne Ende, ist alles okay, darfst du da machen. Aber wenn du was für deine Gesundheit tust und mit einem Personal Trainer dort trainierst, dann muss der halt dann dafür noch blechen. Finde ich vollkommen daneben. Die sagen dann halt, weil er mit dem Raum des Parks, mit dem öffentlichen Raum halt Geld verdient. Ja, aber er macht dort nichts kaputt. Und im Gegenteil, er hilft der Gesellschaft. Ich find, das ist halt einfach eine falsche Message, die da gesendet wird. Dass halt einfach die Menschen, die was für ihre Gesundheit tun möchten, nochmal extra zur Kasse gebeten werden. Und die Menschen, die da auf ihre Gesundheit scheißen und alles komplett kaputt machen und sich besaufen oder was weiß ich, was die da alles machen. Und halt entsprechend diese Parkanlagen komplett ramponiert hinterlassen. Ich meine, hast du dir mal den Mauerpark oder Volkspark Friedrichshain oder so im Sommer mal angeschaut? Nee, da geht man nicht hin, weil man nur auf Spritzen tritt. Ja, nee, was heißt Spritzen? Aber auch zerbrochene Flaschen und alles. Also ich meine, da ist so viel Müll. Ich meine, das ist natürlich auch so ein Menschending, dass die Menschen halt einfach hinter sich nicht aufräumen. Aber trotzdem, was da alles am Müll rumliegt. Und das ist alles okay, das ist fein. Und letztlich, keine Ahnung, gibt es ja da auch Menschen, die machen ja teilweise auch schon fast Festivals in den Parks. Also so mit Musikanlage und DJ und weiß der Geier, was alles. Ich habe keine Ahnung, ob die da auch Kohle für nehmen eintritt oder sonst was so unter der Hand oder so. Was weiß ich, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall finde ich, das ist eine falsche Message, zu den Personal Trainern da noch irgendwie eine Gebühr abzuverlangen, dass die da irgendwie ein, zwei Kunden im Monat oder so trainieren müssen können und dann dafür so und so viel bezahlen müssen. Ja, da muss man irgendwie so feste Preise bezahlen für so und so viele Trainings, die man regelmäßig gibt, auch irgendwie zu den gleichen Zeiten, damit das Ordnungsamt das dann kontrollieren kann. Es ist vollkommen albern. Also es ist total utopisch. Also es ist eigentlich nicht umsetzbar. Aber es spielt natürlich so den Billiganbietern, so BeatEddyOne zum Beispiel, spielt natürlich brutal in die Karten, weil für die ist halt, die halt diese Gruppen Bootcamps anbieten, für die ist halt voll planbar. Und für die ist auch egal, weil ich meine, die bezahlen ihre Trainer sowieso schlecht, die Leute bezahlen sowieso wenig, irgendwen finden sie schon, der eigentlich Philosophie studiert und nebenbei ein bisschen Leute über die Kurzhandel scheuchen will. Und das macht es natürlich dem Markt auch einfach super schwer, irgendwie im Bereich Coaching-Qualität zu existieren. Ja, aber trotzdem ist es halt einfach, ich finde es halt zu kurz gedacht, die Leute da so zu Kast zu bieten. Klar, wenn du es jetzt irgendwie so... Ja, die Stadt braucht halt, das Land braucht halt Geld. Ja, aber es ist ja nicht nur in Berlin, es ist ja überall jetzt mittlerweile. Also es ist ja, Berlin war Vorreiter, soweit ich weiß, soweit ich mich daran erinnern kann. Aber so die anderen Städte haben alle mitgezogen. Also das ist ja so ein... Ich weiß nicht, das ist halt wie gesagt zu kurz gedacht, weil es gibt andere Stellen. Hier, der Anzeigenhauptmeister, der macht doch gerade richtig Kohle für den Staat. Junge, Junge. Aber die Menschen haben ja alle gesagt, der soll sich mal nach Neukölln... Der ist ja jetzt in Neukölln unterwegs gewesen. Die machen doch nichts. Ist doch, ne? Hunde, die bellen. Ja, was sollen sie auch machen? Also... Der Typ ist fame, wenn sie dem irgendwie den Kopf abreißen, dann... Ja gut, dann ist der Kopf auch ab. Ja, aber dann werden auch andere Köpfe rollen. Eben. Was hältst du hier vom Ankiffen? Was ist Ankiffen? Da wird doch jetzt Cannabis... Ist es nicht legal ab erst... Ach so, was... Ja doch, ich hab irgendwas gesehen, dass plötzlich hier bei... Das ist Berlin, Bitch. Hab ich, glaub ich, gesehen, wie sie am Brandenburger Torke sich alle eine Lunde angezogen haben. Das ist doch jetzt legal ab erst... Keine Ahnung, ich bin THC-inkompatibel. Wie nennt man... Ich springe darauf nicht an. Also ich kiffe halt nicht, weil das ist etwas... Neun von zehn Mal hänge ich halt drei Stunden auf dem Kopp. Das hab ich mit 16 Mal ausprobiert, ein Jahr lang. Und hab ein Jahr lang gebraucht, um zu realisieren, ey, neun von zehn Malen ist echt... Ich vertrag's einfach nicht. Und ich hab dann irgendwann... 15 Jahre später oder drei... Was weiß ich, 18 Jahre später hat mir dann irgendjemand mal ein Video geschickt, wo eine Wissenschaftlerin das erklärt hat, dass es tatsächlich so eine Art Gendefekt gibt, so wie halt Asiaten halt schwer Alkohol abbauen, gibt es halt auch Menschen, die halt einfach Cannabis, also THC halt schlecht abbauen. Und das bin ich. Und ich muss davon nur kotzen. Deswegen geht's mir eigentlich völlig am Arsch vorbei, ob das jetzt legalisiert ist oder nicht. Genau, die Cannabis-Legalisierung gilt ab dem 1. April. Das Rauchen ist zwischen 7 und 20 Uhr nur in bestimmten Bereichen gestattet. Und es muss einen Mindestabstand von 100 Metern zu Kitas, Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen eingehalten werden. Das find ich gut, dass da halt zumindest so ein bisschen darauf geachtet wird, dass nicht jeder passiv high wird, ja. Okay, also findest du grundsätzlich in Ordnung, dass das jetzt legalisiert wurde? Boah, das ist so... Das ist ja eine richtig deep question jetzt. Ich sag mal so, ich hab mir darüber noch nie so richtig Gedanken gemacht. Meine erste impulsive Antwort wäre, ich finde es gut, weil es dann einfach mehr Qualität, denke ich, bei Cannabis gibt und nicht mehr so das ganze Zeug mit Haarspray irgendwie gedönst, irgendwie, weißt du, so ein bisschen gestreckt wird. Und ich denke, ja, das ist halt einfach damit auch so ein bisschen, vielleicht, keine Ahnung, ist vielleicht auch naiv und zu kurz gedacht von mir, dass damit ein bisschen so die Straßenkriminalität, was das Ganja-Zeug angeht, ein bisschen runtergeschraubt wird, weil es eben jetzt legal ist, legalisiert. Jeder darf ja jetzt, glaube ich, irgendwie selber anbauen, auch und das dann verkaufen. Oder darf er das verkaufen? Weiß ich gar nicht. Verkaufen bestimmt nicht, weil dann würde ja Mehrwertsteuer erfällig werden. Stimmt, ja. Das wäre zum Beispiel das Ding, da kann der Staat richtig Kohle machen. Die sollen halt einfach das Ding so, dann halt, Steuern darauf klatschen. Aber da haben wir ja trotzdem immer noch den ganzen Kokain-Handel zum Beispiel und die ganzen Meth und was weiß ich, was es da alles gibt noch. Also, ja, keine Ahnung, das ist jetzt, ich persönlich habe halt mit Cannabis keine großen Berührungspunkte gehabt, weil es einfach für mich nicht relevant war, weil es halt mir nichts gegeben hat. Im Gegenteil, es hat mir meinen Mageninhalt genommen und deswegen ist es für mich eigentlich recht schnurz, was da gerade passiert. Was halt natürlich noch eine andere Nummer wird, ist, ob das jetzt sozusagen auch den Weg ebnet, andere harte Drogen zu legalisieren und das wäre definitiv schwierig, denke ich. Ich meine, ist Cannabis keine harte Droge, ist so die Frage, nur weil sie, ich meine, ich finde alle Drogen, ich finde eigentlich, dass wir da komplett in eine falsche Richtung gehen. Es gibt so viele Länder, wo das schon lange legal ist und es gezeigt wurde, dass das halt nicht zu einem Anstieg von irgendwelchen anderen Sachen geführt hat, aber, ja, ob das jetzt eine harte Droge, ich weiß nicht, wie definiert man denn eine harte Droge? Ich glaube, wenn du wenig konsumierst, dass du sehr schnell Abhängigkeiten und Konsequenzen bekommst. Okay. Also so Christian Meff zum Beispiel ist ja auch der Hardcore abhängig. Das ist eine harte Droge, würde ich sagen. Generell ist ja so, die Abhängigkeit ist ja damit, oder es macht, ein Stoff macht ja dann noch abhängiger, je schneller die Dopaminantwort ist. So, und je heftiger die Dopaminantwort ist. Und je schneller du etwas von, da von dem Zeug merkst, desto höher und desto krasser die Dopaminantwort, desto schneller oder desto höher das Suchtpotenzial. Das heißt, bei Kokain, was du schnupfst, geht es ja über die Schleimhäute direkt rein. Wenn du es halt Heroin spritzt, ist es direkt im Blut so. Das ist ja das Schnellste, was geht. Deswegen ist auch Heroin das, was ja so, wenn du es spritzt, halt mit am abhängigsten macht. Und beim Gras, wie gesagt, kann ich es nicht beurteilen, weil mir wurde halt einfach nur schlecht. Ich kann nicht sagen, wie lange da sozusagen zwischen Einnahme und Trip, was da für Zeiten ins Land gehen. Und dementsprechend kann ich auch nicht sagen, wie krass abhängig das macht. Aber wenn man sich einfach nur so das anschaut was sonst immer so gesagt wird, dann ist das noch lange nicht so süchtig machend wie Kokain. Wenn du aber natürlich jetzt das Gras, was ja viele Leute in einem Joint machen, mit Tabak konsumierst, Nikotin macht dir auch wieder hart abhängig, weil es halt auch direkt reingeht. Weiß ich jetzt nicht. Also insofern, keine Ahnung, müsste man vielleicht da sogar nochmal unterscheiden, ob du es halt Gras pur rauchst oder ob du das halt mit Nikotin zusammen, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber insgesamt, wie gesagt, es ist halt, habe ich ja auch, gebe ich dir recht, ob man da nicht dann jetzt irgendwie die, man da eine falsche Bahn eingeschlagen hat und damit eben entsprechend auch so die, die den Weg geebnet hat, um andere Sachen dann später dann auch irgendwann zu legalisieren. Also ich würde schon sagen, dass man mit einer Legalisierung auf jeden Fall eine Droge in der Kommunikation ein Stück weit verharmlost. Weil es immer noch ein großer Unterschied ist, ob etwas legal zu konsumieren ist oder illegal zu konsumieren. Ich finde zum Beispiel, Alkohol ist auch extrem verharmlost. Ich wollte gerade sagen, das ist ja das Thema, womit ich auch zu kämpfen hatte und Alkohol ist ja quasi, wenn wir von harten Drogen sprechen, ist ja Alkohol auch das Suchtmittel überhaupt hier in Deutschland und es wird so verharmlost und es ist überall erhältlich. Also keine Ahnung, ob man da nicht vielleicht mal schaut. Letztens Statistik, jeder Deutsche trinkt irgendwie 90 Liter Bier im Jahr im Schnitt. Wow. Der Durchschnitt. Das sind dann halt auch Menschen, die nichts trinken. Also es ist vollkommen, also dann ist ja im Schnitt jeder abhängig. Weißt du, ach ja, das ist halt schwierig. Da gibt es ja die ICD-10, also die Klassifikation. ob das halt, also da müssen ja bestimmte Parameter vorgegeben sein, damit das wirklich, damit das eine klassifizierte Alkoholabhängigkeit ist und nur weil du viel trinkst, musst du nicht per se ein Alkoholiker sein oder ein Problem damit haben. Nicht per se. Ist in den meisten Fällen der Fall, aber nicht per se. Aber genau, ich finde es so krass, dass man, also per se, wenn man regelmäßig, wenn man in den gleichen regelmäßigen Abständen Alkohol trinkt oder Alkohol trinken muss aus einem gesellschaftlichen oder aus einem körperlichen Zweck, ist man per Definition abhängig. Entweder vom sozialen Konstrukt oder vom körperlichen Konstrukt, dass du Stimulantien zu dir nehmen musst. Das gleiche gilt eigentlich auch für Koffein. Ich meine, du hast ja auch mal so einen Kaffeeentzug gemacht. Nö, Kaffeeentzug habe ich nie gemacht. Du hast mal keinen Kaffee getrunken für 30 Tage, kein Koffein zu dir. Ja, das habe ich zweimal gemacht, aber da habe ich eigentlich nur das herausgefunden, dass ich Koffein-Non-Responder bin. Dass sich nichts geändert hat. Weil ich habe weder Entzugserscheinungen gehabt und ich habe ja ein bis zwei Liter Kaffee am Tag getrunken plus noch Monster und so. Das war schon sehr viel, ne? Ja. Weil, gut, Vollautomat, drückst auf den Knopf, kommt halt einer nach dem anderen raus. Und ich habe dann halt von heute auf morgen halt aufgehört, 30 Tage. Ich habe kein, also nichts, keine körperlichen, keine psychischen, keine physischen, keine Nix-Entzugserscheinungen gehabt und nach 30 Tagen der erste Kaffee hat halt geschmeckt, aber hat nicht gescheppert. Also das war jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie das Koffein, dass ich dann sensibler war nach den 30 Tagen. Also da habe ich nur halt herausgefunden, dass ich Koffein-Non-Responder bin. Kannst du mit Koffein schlafen? Voll. Ich kann mir, ich kann mir abends, kann ich mir ein Monster reinhauen und direkt pennen. Also Monster, Cola, Kaffee, Doppel-Espresso, alles direkt und schlafen. Im Gegenteil, durch meine Neurodivergenz ADHS, ist ja auch, wirken bei mir Stimulantien eher umgekehrt. Also zum Beispiel, dass wenn ich, wenn ich abends müde bin und ich haue mir ein Monster rein, da kann ich eigentlich direkt schlafen gehen, weil dann, kommt auf mein Müdigkeitslevel drauf an, aber wenn ich so ein Monster trinke, dann habe ich eher so einen richtigen, wie so eine, dann werden meine Augen wieder wie so eine Presse zuges... Kriegst du hier so Schlaf? So ein richtig, komm, jetzt Penn, weil das Koffein macht mich dann nicht wach, sondern das lässt mich dann eher müde werden. Crazy, da kenne ich mich nicht mit aus, aber ich habe aufgehört, nach 16 Uhr Koffein zu mir zu nehmen. Ich trinke, ich trinke seit zwei Jahren, glaube ich jetzt, trinke ich keinen, oder nahezu keinen Koffein mehr, weil Caro durch ihre Hypersensibilität auf Koffein extrem anspringt, also wenn sie um 12 Uhr noch einen Kaffee trinkt, dann kann sie bis nachts 1, 2 Uhr nicht pennen und deswegen haben wir zu Hause auf entkoffeinierten Kaffee umgestellt und ich trinke jetzt quasi seit zwei Jahren entkoffeinierten Kaffee mit, weil für mich eh das Koffein nicht entscheidend war, sondern ich trinke halt einen Kaffee wegen des Geschmacks. Ja, entkoffeinierter Kaffee schmeckt auch scheiße. Nein, da gibt es tatsächlich richtig gute. Wir haben hier Coffee Star zum Beispiel in Berlin, da gibt es so ein Schleichwerbung, Coffee Star gibt, die haben, es ist ein Kaffee und die rösten selber und die haben richtig, richtig guten entkoffeinierten Kaffee. Also wirklich Bohnen. Weißt du, wie sie das entziehen, das Koffein? Keine Ahnung. Okay. Willst du es mir erklären? Nein. Warum? Nicht heute. Weil ich mich auch nicht so gut auskenne, ich dachte, du weißt es vielleicht. Aber ich weiß, dass es einen chemischen Prozess gibt. So wie mit allen Sachen wahrscheinlich. Wenn du Dosenfrüchte kaufst, da ist die Schale ja auch durch irgendeinen Säurebad weg. Also ja, wir leben nicht mehr in einer Steinzeit. Leider und auch zum Glück. Ja, absolut. Also für die allermeisten Menschen, die den ganzen Tag rumlaufen und Schmerzen haben in ihrem Körper, für die ist es leider. Für alle die, die wissen, dass sie ihren Körper bewegen müssen dafür, dass er langfristig funktioniert und dann mit ihrem Körper ein geiles Leben in der aktuellen Hightech-Zeit haben können, für die ist, glaube ich, richtig geil. Also wenn dein, weil geil ist, wenn es geil ist. So. Und wenn du halt die Welt, in der wir jetzt gerade leben mit all den Dingen, die so krass sind, in einem geilen Leben verpacken kannst, weil dein Körper das mitmacht, ist mega nice. Wenn du aber so wie fast alle inzwischen dein Bewegungsradius beschränkst von Schreibtisch, Couch, Kühlschrank und dann aber merkst, ey, du siehst aus wie ein Mülleimer, weil du dich quasi aus einem verarbeiteten Mülleimer Matsch ernährst und dann aber merkst, ja, so richtig geil sehe ich nicht aus und fühle ich mich auch nicht, dann ist, glaube ich, dann wäre die Steinzeit, glaube ich, für so, ja, sechs Monate bis ein Jahr für dich eigentlich die beste Therapie, wenn du halt aufstehen musst, um... An der Steinzeit würde mich stören, dass es keine Kettebilds gibt. Tatsächlich. Das stimmt. Das gäbe es nicht. Aber man könnte das gute alte Strongman Homegym haben. Man könnte sie aus Stein und sich basteln, ja, natürlich. Und damit dann irgendwelche Säbelzahntiger jagen. Aber ich glaube, in der Steinzeit hat man sich wirklich keine Gedanken gemacht über... Functional Fitness. Da war nämlich das Leben... Functional Fit. Ja, Functional Survival, ne? Ja, absolut. Also da war ja alles auf Survival Function. Ich habe ja jetzt wieder angefangen, ein bisschen Instagram-Content zu machen, von dem man ein bisschen mehr hat als von dem Podcast. Und kam jetzt heute die Frage auf, weil ich so viel... Ich mache ja sehr viele Ausschritte und sehr viele unilaterale und reziproke Bewegungen schon immer. Und ja gut, auch Kettebär ja automatisch. Genau. Solange du sie in einer Hand hast, hast du automatisch immer ein reziprokes und ein unilaterales Muster, auch wenn du zwischen die Beine schwingst, weil die Wirbelsäule natürlich Scherkräfte ausgleichen muss. 100 Prozent, ja. Und da wurde heute die Frage, warum denn die Kniebeuge und das Kreuzheben keine menschliche Bewegung sind. Das ist natürlich schon ein relativ hohes Level, aber Kreuzheben... Letzten Endes, ich glaube, das ist... beruht auf einem auf einem Verständnis-Diskrepanz, weil Squatten und Hintzen sind fundamentale Bewegungsmuster der Menschen. Wir heben Dinge auf und wir gehen in die Hocke alleine zum Scheißen. Früher, ne? Also das sind halt einfach so, oder generell irgendwo in der Hocke arbeiten und sonst siehst du ja in sämtlichen, eigentlich sämtlichen Ländern auf der Welt, in vielen, sämtlichen, wo sie halt einfach in der Hocke arbeiten, chillen, ausruhen, ihr Geschäft verrichten und so weiter. Und das heißt, Squatten, in die Hocke zu gehen und wieder hochzukommen, ist fundamental wichtig. Dann hast du ein Goblet-Squat, dein Kind in der Hocke von hinten aufhoben, so. Deadlift, natürlich wirst du das Barbell-Deadliften ist natürlich kein, wenn man jetzt so möchte, menschliches oder nicht wichtig, weil du wirst nirgends in der realen Welt etwas finden, was eine 28mm Durchmesser hat und perfekt in deine Hand passt mit einem Powerlifting bei 29mm? Ja, die hat auch noch Deadlift bei 27? Die hat auch noch ein aggressiveres Nerling bei... Deadlift-Bars 27? Crossfit-Bars 28,5? Damen, Hanteln, 25, Kettebelts 33 bis 35, Boom. Ja. Achse, 50mm. Jetzt geht's los hier. Geek-Talk. Glowling-Hände. Aber natürlich hast du halt in der realen Welt nicht diese perfekten Studio... Du hast auch keine Klimmzugstange, wo du halt perfekt dich hochziehen kannst. Deshalb, du hast... Also du hast... Man darf nicht verwechseln definierte Bewegungen, die wir trainieren und Bewegungsmuster des menschlichen Körpers, die Grundfähigkeiten darstellen. Squatten oder sich zum Boden absenken, ohne den Stand zu verändern, ist eine Resting Position. Das ist etwas, was passiv und um Energie zu sparen eingenommen wird, um zu arbeiten. Bei mir ist da unten eine Deep-Deep-Squat, aber keine Rest-Position. Wenn du auf die Zehenspitzen gehst, Nein. Geht's dir so schlecht da unten? Ja. Ich kann vorgebeugt bleiben, also Deadlift ist super. So, das heißt, Hinging, also den Körperschwerpunkt nach vorne zu verlagern, ohne den Stand zu verändern, das ist auch ein essentielles Bewegungsmuster. Ja. sich nach oben ziehen zu können, die Fähigkeit ist auch eine essentielle Fähigkeit. Also, Klettern, Survival, irgendwie hoch, Safety, also wir sind ja auf Bäume geklettert, um uns vor stärkeren Gegnern zu schützen, also flüchten zu können. Wir sind ja Flucht, wir haben ja Fluchtfähigkeiten, weil wir jetzt Menschen gegen Säbelzahntiger alleine nicht gewonnen hätten, sondern auf Basis, wir haben auf Basis unserer kommunikativen Überlegenheit die Welt dominiert, nicht wegen unserer körperlichen Dominanz. Guckt ihr mal einen fucking Löwen an? Allein schon unsere Haut. Ja, aber das, na gut, wir hatten früher mehr Haare und so, also, ja, trotzdem, die Haut ist, ich weiß nicht, wie die Haut von einem Steinzeitmenschen, ob die dann schon noch mehr wie von einem Affen war, aber unsere Haut ist ja, wenn ich mir überlege, wie ich aussehe, wenn ich mal im Wald, durch den Wald, querfeld einlaufe und mal hier und da ein Büschlein irgendwie meine Haut streichen, ich habe ja überall Kratzer. Also, ich glaube, dass es früher nicht ganz so hart war. Die, 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 die Büsche haben sich auch halt entwickelt, die sind aggressiver geworden. Das stimmt, auf jeden Fall. Die, die haben jetzt Dorn, die haben sie früher nicht. Da träumt der Säbelzahntiger von. Und diese anderen und die Bewegungen aber, mit denen wir uns messen wollen, die Kniebeuge, das Kreuzheben, der Mensch bewegt sich grundsätzlich in Wechselseitigen, Mustern. Wir gehen und laufen und haben, wir haben zwei voneinander getrennte Gehirnhälften, die den Körper gegenüberliegend in, also in Kooperation, aber auch unabhängig voneinander steuern. Ja. Das heißt, jegliches Muster, was menschlich ist, ist eigentlich einseitig dominant. Ja. Und das ist halt, das ist halt das, worum es geht, warum es um, menschliche Bewegungsmuster sind die, wie der Körper wirklich funktioniert. Und diese bilateralen Muster sind einfach nur eine inhaltliche Vereinfachung dafür, um gewisse Sachen möglich zu machen. Maximalkraftaufbau in einem bilateralen Muster mit gewissen Barrieren, wie zum Beispiel ein fester Stand auf dem festen Boden ist ja auch eine Barriere. Der Fuß verrutscht nicht mehr, der kann sich nicht mehr bewegen. Wir stehen ja nicht, normalerweise würden wir in der richtigen Welt auf keinem so stabilen Untergrund stehen. Ja. Weil wir hätten ja Sand, also wir hier in unserer Breiten hätten fast immer Sandboden, so. Und auch dort Euphratikris, da wo die Sesshaftigkeit losging, war auch Sand und Steinboden. Aber wir stehen ja nicht auf einem fucking Gummiboden oder einer Weightlifting-Plattform in der richtigen Welt. So. Das heißt, es ist auch eine Barriere und eine Langhand ist auch eine Barriere. So. Normalerweise, es gibt ja nichts auf der Welt, was du hochhebst in der richtigen Laufbahn, was zwei Griffe hat. Und deswegen sag ich ja, das wird halt, deswegen da kommt dann wieder so Stone-Lifting. Dann würdest du dich an das Objekt, aber auch so anpassen, dass wir ganz weit weg sind von sowas wie einem Kreuz eben. Dann hättest du natürlich einen gerundeten Rücken, weil der Weg kürzer wird, weil du es besser manövrieren kannst und du würdest wahrscheinlich auch nicht eng stehen, sondern relativ breit, damit der Weg kürzer wird. Und dann kommen wir wieder in die Geschichten, dass das dann, das ist ja schon wieder ein festes Muster, weil wir jetzt davon ausgehen, dass der Stein beispielsweise rund ist. Es wird auf der Welt keine zwei Steine geben, die gleich aussehen. Das heißt, das ist überhaupt nicht reproduzierbar und wir denken ja aber in diesen reproduzierbaren Trainingsbewegungsmustern und das ist super, wenn wir stärker werden wollen, wenn wir Muskeln aufbauen wollen, wenn wir besser aussehen wollen, wenn wir auf leichtem Weg körperliche Fähigkeit steigern wollen, aber wenn wir die Komplexität und die Funktion, die komplexe Funktionsweise des menschlichen Körpers so aufrechterhalten wollen, dass wir langfristig keine Schmerzen haben, weil wir eben nach dem Prinzip Use it or lose it all unsere Variationen benutzen, dann müssen wir uns davon trennen und verstehen, dass wir alle anderen Sachen auch noch machen müssen. 100 Prozent und ich finde halt, da grätscht halt Kette bei Training brutal rein und sagt, here I am, weil du eben diese ganzen einseitigen Sachen machst, weil du halt dort hauptsächlich unilateral trainierst und du hast halt im Leben, wie du ja schon gesagt hast, wir bewegen uns halt immer diagonal vor und im ganzen Leben, du hast ja immer dieses, du ziehst mal mit einer Hand oder mit zwei Händen oder du schiebst, du hast halt permanent diese Rotationsscherbewegungen und du hast halt die ganze Zeit diese Rotationskraft und wenn du halt mit einer Kette bei trainierst, hast du in der Regel eine Kugel in einer Hand und machst eben Übungen, vorwiegend geschwungen und das ist so nah an eben diesen ganzen Fortbewegungsgeschichten dran, weil du halt die Rotation in der Wirbelsäule, du hast halt die Antilateralflexion, du hast die Antiflexion, du hast die Antirotation, das heißt, du hast dort einfach sämtliches drin, was du halt für deine Fortbewegung auch brauchst. Und das ist das Nächste, wir denken, also es fällt immer der Begriff stabilisieren, die Wirbelsäule oder was auch immer muss stabilisiert werden und dann machen Leute so Planks im Warm-up. So. Ist ja auch eine Anti-Extension. Ja. Was wir aber nicht verstehen, dass diese ganzen, die Wirbelsäule gerade stabilisieren gegen Rotation oder gegen Beugung oder gegen Streckung, das basiert ja alles auf Bewegung. Das basiert darauf, dass sich Aktin und Myosin, also die Bestandteile einer Muskelzelle, annähern und dort eine Bewegung stattfindet. Ja. Wir müssen stabilisieren nicht an, also wir müssen nicht daran denken, etwas bleibt gerade, sondern etwas wird in Position gehalten durch Aktivität und durch Veränderung der Umgebung oder Veränderung der eigenen Position. Also wir denken, ich hab dir jetzt eine super Vorlage für die Kellebälle gegeben, war gar nicht meine Intention, aber ich meine, ich benutze ja fast nur Kellebälle für meine Kurse, das dementsprechend ist vollkommen in Ordnung. Aber es geht darum, ohne dich würde ich die Scheiße nicht machen. Hätte ich keine 48 Kilo Kellebäls hier rumliegen. Du hast aber noch nicht beide geschafft zu jerken. Nachher dann. Golf für dieses Jahr. Hast du zwei Goldene zu Hause? Tatsächlich hab ich nur eine. Ja, machst dir mal Gedanken, ne? Aber ich hab zwei 56er. Wichtig. Brauch mal, da hast du bestimmt schon viel mitgemacht. Ich hab auch schon zwei 68er. Okay. Sammelbestellung, ich brauch welche. Aber worum es mir geht, ist, dass wir, auch wenn jetzt Powerlifting wird immer größer und wenn man sich damit vergleichen kann, aber es ist immer noch die gleiche Konstante, dass eigentlich alle, die progressiv irgendwie ambitioniert trainieren, die ganze Zeit irgendwelche Einschränkungen, Schmerzen oder Probleme mit sich rumtragen und es so getan wird, als wäre das irgendwie, also es ist normal, weil es ist die Norm. Aber als würde es dazugehören, weil das so halt ist, aber es ist halt nicht die Wahrheit. Also du musst, du kannst stärker werden, besser werden, dich besser fühlen, ohne dabei Schmerzen zu haben. Ja. Ist vollkommen möglich. Diese ganzen, also dass wir eigentlich da draußen so eine Jojo-Effekt-Kultur permanent forcieren, indem wir einfach zu ganz offensichtlichen, so dysfunktionalen Status-Erklärungen, es ist völlig normal, dass dein Rücken irgendwie weh tut und dann machst du diese eine Übung und dann wird alles besser. Nein. Das sind halt immer so kleine Fixed Life. Genau, so versucht sozusagen so eine relativ einfache Antwort und Lösung auf ein recht komplexes Problem aufzustülpen. Ja, vor allem, also das Problem an einfach ist, dass suggeriert wird, dass es eine Lösung gäbe, für die man wenig Aufwand betreiben muss. Ja. Also es geht immer darum, dass es mit wenig Aufwand verbunden ist. Ja. Und das ist, also das ist, Menschen lassen sich die ganze Zeit, damit sie, weil sie auch die Verantwortung abgeben wollen, also sie wollen dann sagen, ja okay, das ist Schuld und das ist die Lösung und die Welt, also keine Ahnung, mein falscher Schreibtischstuhl ist Schuld daran, dass ich Rückenschmerzen habe und die Lösung dafür ist, diese beiden Übungen zweimal 20 Sekunden am Tag zu machen. Und das grundlegend einfach nicht, also du kriegst keinen Körper, der so aussieht, als hättest du hart dafür gearbeitet, ohne hart dafür zu arbeiten. Das gibt es einfach nicht. Du kannst dich operieren lassen, wie du willst. Du wirst keinen Körper bekommen, der so aussieht, als hättest du hart dafür gearbeitet. Das wird nicht funktionieren. Außer diese ganzen Syntolwolken, die überall rumrennen. Aber auch da siehst du, dass es Syntolwolken sind. Der sieht trotzdem nicht geil aus. Das ist so schlimm aus. Und ich frage mich dann auch, so, wie ist es denn, so ein Körper zu haben? Es kann doch auch nicht geil sein, einen Körper zu haben, der nicht geil ist. Völlig unfit und schlaff zu sein und dann halt nur so, also, ja auch ohne, also unfit und schlaff, okay. Aber mit so den Syntolwolken dran, meine ich. Das ist ja völlig... Aber gibt es wirklich? Ja, guck dir doch diese ganzen, ich weiß nicht, ich glaube, das sind, viele sind in Brasilien, viele Brasianer, die das machen. Guck dir die doch mal an, die teilweise, das sind halt einfach wirklich so, so, ja, fahrendem Wind und dann aber halt so völlig, völlig unproportional, das, also dann gibt es so Videos, wo sie dann irgendwie so, so Griffkraftmesser machen, so mit so, und dann zeigen sie so, ja hier 13 Kilo, so und du denkst so, aha, du hast aber einen Arm, der aussieht, wie als würdest du 300 Kilo zusammendrücken können. Also... Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, ja, ist vollkommen, vollkommen absurd. Also... Also ich würde mich ja nicht mehr tätowieren lassen. Warum nicht? Also zum einen, weil ich nicht, mir nicht sicher wäre, dass ich das morgen noch mag, so, und zum anderen, weil ich, hast du schon mal dir Lymphknoten angeguckt? Ja. Von Leuten, die tätowiert sind? Die sind bunt, wenn sie bunte Farbe haben. Ja, brauche ich nicht. Ja, nee, das ist auch so eine Sache, ich hätte kranke, angstvolle, langfristigen Nebenwirkungen, ja, Allergie auf Farben, etc. Da habe ich keine Angst oder keine Bedenken. Sonst wäre es ja auch nicht zugemerkt. Und keine Ahnung, es gibt ja aber auch viele, viele Stämme, indigene Stämme, die ja auch sozusagen Naturtätowierungen haben. Das ist halt auch schon so alt, wie die Menschheit selbst irgendwie sich um was in den Körper... So Kriegsbemalung, ja, ja. Ja, nicht nur Kriegsbemalung, sondern auch permanent, also die haben sich ja auch schon damals richtig tätowiert und... Dafür bin ich zu viel Pussy und ich halte es nicht aus. Und das Ding ist, ich glaube, das Thema, ob ich es morgen noch mag, das ist ein sehr, sehr gerne viel diskutiertes Thema, wo es kein richtig und falsch gibt, weil du findest es so und ich finde das so und ich für meinen Fall sehe das als permanentes Fotoalbum. Es erinnert mich an eine Zeit, wo ich es geil fand und wenn ich dann sozusagen mir die Tätowierungen anschaue, selbst ich habe auch schon Tätowierungen, die ich absolut schrecklich finde, aber ich lasse sie da, weil sie mich halt einfach an eine Zeit, also ich mache da auch kein Cover-Up drauf, weil sie mich an eine Zeit erinnern, wo ich es geil fand und dann kommen Erinnerungen an diese Zeit und dann fallen mir wieder viel mehr Sachen ein zu dieser Zeit, was da alles passiert ist und was da alles geschehen ist, Dinge, die ich vielleicht sonst vergessen würde. Deswegen für mich ist das quasi wie so ein Fotoalbum. Also zudem, dass es auch Therapie ist, weil ich damit halt auch viele Dinge in meiner Vergangenheit verarbeitet habe und auch heute noch verarbeite und ja, also insofern ist das sozusagen, das ist mein Weg und ich finde es aber vollkommen legitim, jeder, der sagt, ey, das ist absolut nichts für mich und gerade auch mit, wenn man sich das noch aus gesundheitlicher Sicht mit den Lymphknoten anschaut, klar, was ist dann, die sind voll. Kommt für mich auf jeden Fall nicht in Frage. Muss ja auch nicht. Es muss auch Blankos geben. Richtig, so ist das nämlich. Es muss auch mal jemand ohne Tattoo rumlaufen. Das ist ja auch mittlerweile echt voll Trend, also so viele Leute, die einfach so völlig ich will jetzt nicht sagen sinnlos zugehackt sind, aber es kommt dann teilweise schon ziemlich random rüber. Aber auch die haben ihre Story dahinter und auch die haben das gemacht, weil sie das geil fanden. Und wenn es nur ein Freundschaftstattoo ist. Ja, oder ein Gangmitgliedstattoo. Alles schon gesehen. Well. Die meisten haben es bereut. Well. Nee, aber gerade, was du vorhin noch gesagt hast zu Verletzungen. Und ich denke, es gibt halt, es gibt immer Verletzungen, wenn du irgendwas machst, kann immer Verletzungen geben. Deswegen haben wir auch generell so ein Training, wo wir eine General Preparedness haben. Einfach so eine grundlegende Readiness. und das ist, glaube ich, die Sache, die das Ganze ein bisschen entspannter macht. Weil zum Beispiel im Kettebettraining habe ich bisher am allerwenigsten Verletzungen so selbst gehabt und auch bei den Leuten am wenigsten gesehen. Ja, was für Verletzungen soll es auch geben? Die meisten Verletzungen, die du beim Kettebettraining hast, sind halt Überlastungserscheinungen. Zum Beispiel mit Ellenbogen. Wenn du da irgendwie so ein bisschen Tennisarm oder sonst was hast von zu vielen Snatches oder Swings oder was weiß ich was oder Schulter ein bisschen. Aber das sind ja keine Verletzungen. Nee, nee, genau. Das ist ja kein traumatisches Ereignis. Genau, richtig irgendwo mal, dass du irgendwie beim Powerlifting halt der Bizeps reißt oder die Quadrizepssehne oder so. Hamstring. Hamstring, irgendwas. Sowas hast du halt dort nicht. Weil du so Structural Overload gar nicht so produzierst. Genau, genau. Weil du einfach viel dynamischere Bewegungen hast. Und weil du auch in der Regel gar nicht so in diese Sphären reintrainierst. Also es gibt wenig, also du musst schon wirklich sehr weit fortgeschritten sein, um mit einer 32 Kilo Kettebell gut umzugehen. Bin ich fortgeschritten? Geil. Natürlich. Weißt du aber selber. Nee, mach ja kein Kettebell. Ja, aber trotzdem mit einer 32er, mal eben, also mit einer 32er, ich rede jetzt nicht nur von Rows oder Squats, sondern um mit einer 32er halt so in Anführungsstrichen relativ easy clean and jerks und Snatches und so weiter zu machen, auch in einem Volumen, wo man denkt, okay, krass, das ist schon sehr weit fortgeschritten und das erreichen die meisten Menschen niemals, dass die eine 32er anheben und sagen, ach, du bist ja leicht heute für Snatches zum Beispiel. Und deswegen ist da, denke ich auch, das Verletzungsrisiko relativ gering, auch wenn man natürlich durch die schwungvollen Bewegungen potenziert sich ja das Gewicht, du hast ja dann nicht nur 32 Kilo gehoben, sondern schon viel mehr in einem Swing, sag ich mal, aber du hast halt dort nicht diesen krassen Overload, wenn du halt sagst, so jede Woche irgendwie, ich bin jetzt hier, was weiß ich, bei 80, 85, 90, 95 Prozent von meinem Deadlift über die nächsten Wochen und knatter mir halt irgendwie so wöchentlich halt da so die 240 Kilo aufwärts Deadlift rein, so das ist halt dann natürlich schon ein ganz anderer Schnack für sowohl für den Körper, für die passiven Strukturen, als auch fürs Nervensystem, um zu regenerieren. Und wenn du jetzt, meine neue Leidenschaft ist ja gerade Kampfsport und ich habe mich jetzt in dem Dreivierteljahr BJJ, ich habe so viele Verletzungen richtig davongetragen, Meniskus, Einriss, Kapselzerrung in der Schulter, leichte Gehirnerschütterung, Rippenprellung, Bauchmuskelzerrung, also Wahnsinn, was ich mir da alles zugezogen habe jetzt. Und um jetzt, um auf die Schwangerschaft zurückzukommen, also mir ist schon immer aufgefallen, dass ich eine relativ schwache Bauchmuskulatur hatte. Sit-Ups und alles so konnten alle immer viel mehr machen als ich. Mein Bauch hat immer gebrannt, wie blöd. Sit-Ups waren immer schwierig für mich. Und Planks halten auch super schwierig, super, super schwierig. Und dann, ja, renne ich seit zwei Jahren jetzt eigentlich so mit massiven Hüftproblemen und Hüftschmerzen rum und dachte immer so, ey Gott, da habe ich doch irgendwie ein Impingement. Das kann doch nicht sein, dass ich da irgendwie solche Schmerzen habe irgendwie. Das habe ich dann auch mal ein MRT machen lassen. Kein Impingement, aber dafür eine schöne Zyste. Und gerade, was so die Hüftbeuger-Region angeht, ich habe halt super schwache Adduktoren und Hüftbeuger, was ja auch mit, durch den Beckenboden durchgeht. Und gerade mein Beckenboden und, ja, mein Bauch ist halt einfach schwach. Auch wenn ich das im Powerlifting und so nie und Strongman und Oli nie gemerkt habe, so 260 Deadlift war okay. Und das habe ich nie gemerkt, dass ich da einen schwachen, ich habe immer gesagt, mein Rupf ist halt funktionell stark, aber halt schwach in Planks und Sit-Ups. Und jetzt bin ich im Januar, oder war Ende Januar, glaube ich, oder war das noch, ja, irgendwann im Winter, als ich meine Meniskusverletzung hatte und ich so halbwegs wieder laufen konnte, habe ich dann mal Sprints gemacht und war super gut aufgewärmt, habe also bestimmt eine halbe Stunde ordentliches Warm-Up, also wirklich die Knie geschmiert und alles war super toll. Mein erster Sprint mit nicht mal 80 Prozent, so um reinzukommen, also nicht mal 80 Prozent, erster Sprint beim Auslaufen, beim Abstoppen dann, erste Abstopp-Bewegung, zweite Abstopp-Bewegung, dritte Abstopp-Bewegung, peng, ist mir so in die Leiste reingezogen. MRT, Leistenband- und Adoptorenbandzerrung und ja, dann hatte zufällig, so einen Monat später oder sowas, hatte mir auf Instagram jemand geschrieben, Elena Baucharbeit, wenn man die mal kurz auf Insel gesagt hat, sie braucht keine Werbung, will ich es trotzdem mal erwähnt haben und sie hat mir geschrieben und meinte, hier, du hast eine Orektusdiastase, habe ich schon in vielen Videos beobachtet, ich so krass, so einfach so, okay und dadurch, dass ich das Thema Orektusdiastase ja durch Caro relativ gut auch kenne, für alle, die das nicht kennen, das ist, wenn sich die Bauchmuskeln, also der gerade Bauchmuskel, der ist ja durch die Linie Alba verbunden und wenn sich die Bauchmuskeln sozusagen auseinander schieben und dann sozusagen die Linie Alba da in der Mitte ein bisschen gestretched wird und dünner wird. Im Extremfall jetzt zum Beispiel in der Schwangerschaft bei einer Frau geht das so weit auseinander, dass wenn nach der Schwangerschaft diese Bauchmuskulatur nicht wieder richtig zusammenwächst, sage ich mal, also zusammengeschoben wird, dann ist halt durch diese dünne Faszienschicht dort, kloppt halt der Darm raus und dann sieht man richtig die Darmbewegung und es ist super fragil, also es ist einfach wirklich, wenn man da mal gegenkommt oder sowas, wenn du einen Schlag auf den Darm kriegst, da sackt jeder zusammen wie blöd. Und ja, deswegen kenne ich auf jeden Fall das Thema mit der Rektusdiastase und hatte gesagt, also sie hat vorgeschlagen, dass wir uns mal für einen Call zusammensetzen und da haben wir dann gesprochen und dann werden wir jetzt sehen, was jetzt weiter rauskommt. Ich habe mir jetzt erstmal so eine, jeder, der mich damit sieht, denkt immer so, du hast so einen Bauch-weck-Gürtel, aber das ist halt tatsächlich so ein Gürtel, den man halt sich ummacht, um die Bauchmuskulatur zu entspannen, damit halt sozusagen die Linie Alba nicht so die ganze Zeit gestresst wird, sondern dass halt der gerade Bauchmuskel wieder ein bisschen zusammengeschoben wird und dort der Druck auf die Linie Alba ein bisschen reduziert wird. Und das Ganze muss dann natürlich noch in Zusammenhang mit entsprechenden Übungen kombiniert werden. und da bin ich jetzt gerade dabei, auf eigene Faust so ein paar Übungen zu machen und ich treffe mich aber auch mit der Elena im Mitte April jetzt, in ein, zwei Wochen, zwei Wochen und dann gucken wir mal, was sie da noch so mit mir machen kann und um da halt sozusagen die Rektusdiastase dann mal ein bisschen wegzubekommen. Was mir nämlich aufgefallen ist, wenn du eine Rektusdiastase hast, ist, dass du Schwierigkeiten mit dem Zwerchfell und eben mit dem Backboden hast und dadurch dann entsprechend auch Sachen mit der Hüfte das sehen können. Was das Zwerchfell angeht, beeinflusst das maximal deine Überkopfbeweglichkeit, womit ich ja, wie alle wissen, ein Riesenproblem habe. Also ich weiß auch gar nicht, wie ich in meiner Kette bei Weltmeisterschaft die Raps bekommen habe. Einfach nur durch bizarres Durchhalten und Schmerzen erleiden und eben nicht wie die ganzen anderen Lifter schön im Lockout auf den gestackten Gelenken einfach schön halten, sondern ich musste das alles mit Muskelkraft halten, weil ich einfach nicht die Gelenke so durchdrücken konnte. Und ja, ich bin gespannt, was da passiert, wenn ich meine Rektusdiastase behandeln kann und das besser wird, ob dann auch meine T-Spine Mobility und eben Overhead Mobility besser wird und was das auch mit meiner Hüfte macht. Und da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt. Das ist schon mal krass, weil das wirst du ja schon länger haben. Total. So? Ja. Also welche Kompensationsfähigkeit in dem Körper dann halt drinsteckt, trotzdem halt diese Höchstleistungen zu bekommen. Überleg mal, du hättest es nicht. Ich will gar nicht daran denken, was dann. Nein, tatsächlich. Ja, ja, keine Ahnung, was dann gewesen wäre. Doch nochmal 300 heben. Ja, ich habe jetzt keine Ambitionen. Ich habe neulich mal gemacht, nach dem Jiu-Jitsu, hatte ich einfach Bock drauf, bin da rübergegangen, habe dann mal kurz angehoben und ich bin, ich hatte kein Gürtel, es war nach dem Training, also Griffkraft war natürlich auch schon ein bisschen angezeckt, aber, also ich will jetzt nicht runterreden, 200 ging gut, mit Hookgrip aber und 215 waren auch noch drin und 230 ist mir komplett aus der Hand rausgerutscht. Trotz Hookgrip? Ja, also ich glaube 230, ich weiß gar nicht, ich glaube 230 habe ich, hätte ich nur mit sehr starkem einen Runden im Rücken hochgekriegt in dem Moment und 215, da ging mir dann irgendwann so Mitte Oberschenkel die Hand auf und dann musste ich schnell wieder ablegen, also die 215, bin ich nicht in Lockout hochgekommen, aber die 200 ging, keine Ahnung. Wie kann einem im Hookgrip die Hand aufgehen? Indem man so zarte Fingerchen hat wie ich und nicht so eine Bauernhände wie du. Du hast ja, du bist, du hast ja die geborenen Handball-Babel-Hände. Wenn der Daumen abfällt, dann fällt der Daumen ab. Da ist nichts mit rausrutschen. Der kann vielleicht abreißen, aber die Hand kann da nicht rausrutschen. Also ich weiß nicht, was ihr immer macht. Well, ich habe halt kleine zarte Fingerchen. Vor allem mit Weightlifting-Stangen sowieso nicht. Bei einer Powerlifting-Stange mit dem Millimeter mehr. Aber die war auch, das Nerling war jetzt nicht besonders. Das war halt so eine relativ billige, preiswerte, schon ziemlich eingefettete Barbell. Okay, das ist eine gute Ausrede. Also das war jetzt keine wirkliche, kein gutes Nerling und ich habe auch keinen Chalk verwendet. Kannst du jetzt gleich nochmal an der Deadlift-Bar? Ich habe vorhin schon Deadlifts gemacht. Ich habe eine Deadlift-Bar hier, dann kannst du mal... Tatsächlich habe ich, also ich habe gestern einen Workout gemacht, wo meine Unterarme schon abgefault sind und heute dann nochmal einen Workout, wo, also Beinchen und Deadlifts und so und auch viel gehalten. Das heißt, du trainierst mit deinem Bauch jetzt trotzdem ganz normal? Ja, ja, okay. Also soll ich nicht? Elena hat gesagt, ich soll keine schweren Sachen machen, aber ich bin halt, keine Ahnung, das ist für mich schwierig. Gut, Coaches sind immer halt in der Riege, mach was ich sage und ich mach was ich tue und ich bin mein, ich bin selbst mein schlechtester Schüler. Also ich kann mich selbst nicht coachen, weil wenn ich mir Sachen aufschreibe, die in der Theorie super wären für mich, komme ich ins Training und sage, okay, es macht keinen Spaß. Es macht keinen Spaß. Was soll das? Ich will schwer machen. So, ich bin halt vom Typ her, auch wenn ich nicht der stärkste Mensch der Welt bin, aber ich bin vom Typ her bin ich halt voll der Power-Mensch. Also ich habe halt mehr schnell zuckende Fasern als halt alles andere und ich bin halt, ich liebe es schnell und hart. So, dieses ganze Ausdauerzeug kotzt mich voll an. Also so, alles was halt über fünf Raps hat, ist schon so, oh Gott, wirklich jetzt und es ist halt dann schwierig für mich dann zu sagen, ja, hebe mal jetzt erstmal nichts schweres an. Okay, mache ich nicht. Aber ja, insgesamt, was ich jetzt wieder viel, viel, viel mehr mache, ist halt natürlich insgesamt Bauchmuskelarbeit, Core Strength. Was machst du da? Vor allem erstmal so schwangerschaftsmäßige Aktivierung vom Transversus, also Geschichten halt erstmal nur auf dem Rücken liegen und nur sozusagen so so Becken bewegen, überhaupt erstmal nur die Ansteuerung machen und dann so Standing Woodshopper-Geschichten und halt aber auch immer schön gucken, dass man halt den TWA anspannt, dass man da entsprechende Grundspannung erstmal reinkriegt und sich dann bewegt. Endradius viel halten, also nach dem Woodshopper in der Endposition atmen und halten für fünf bis zehn Sekunden super langweiliges Training, aber anscheinend sehr effektiv, dann so Part-of-Press-Geschichten. Merkst du da einen Unterschied? Also merkst du da einen Effekt? Ich habe das erst drei, also ich habe dieses Workout, also diese Workout jetzt erstmal erst dreimal gemacht. Ich merke jetzt natürlich noch nichts, aber ich merke tatsächlich, dass dieser Gurt, dass der mir schon sehr viel mehr Stabilität gibt. Ist ja klar. So, wenn da halt irgendwas, der gibt mir auf jeden Fall mehr Stabilität. Wenn du da nicht das funktionale Struktur hast, dann... Genau, also der gibt mir richtig Stabilität, das merke ich, also wenn ich den abmache, so zum Duschen oder so, dann merke ich richtig so, wie mein Körper erstmal so... So, und ich soll den jetzt sechs Wochen tragen und dann werde ich mal gucken. So, ich bin jetzt gerade in der, ich glaube, zweiten Woche oder erst, eineinhalb Wochen ungefähr und jetzt werden wir mal schauen, so was in sechs Wochen ist. Ich kann ja in sechs Wochen wiederkommen, dann kann ich berichten. Auf jeden Fall ist immer neue Verletzungs-Stories dabei, weil du hattest ja auch diese Bauchmuskelzerrung, ich glaube, das... Aber das war ja noch im Sommer letztes Jahr. Ja, aber es klingt schon danach, als würde das alles irgendwo da... Aber diese Verletzungen kamen ja dann alles beim Jiu-Jitsu, also so Meniskus, Kapselzerrung, alles... Ja, na klar, weil beim Kettlebell und beim Krafttraining ja eigentlich, also da passiert sowas nicht. Also kann auch passieren, aber in der Regel nicht, nein. Also dann, wenn sowas passiert, hast du immer so forciert Overload, das heißt, du bringst dich selbst in die Situation, dass dir das passiert. Ja. Weshalb ich das immer so crazy finde, dass Leute ins Gym gehen und eigentlich permanent Probleme haben bei einer Aktivität, die völlig ohne Außenfaktoren stattfindet. Vor allem, weil sie ja eigentlich das machen, um sich besser zu fühlen, aber dann halt in diese Falle geraten... Ja, sie machen das, um besser auszusehen. Sich besser zu fühlen. Wenn sie besser aussehen, fühlen sie sich besser. Okay, das stimmt so. Also grundsätzlich ist es so, sie möchten sich besser fühlen. Wie das dann definiert ist, ich möchte besser aussehen, um mehr Chicks abzukriegen oder mehr Aufmerksamkeit zu bekommen oder mehr Komplimente oder was auch immer. Sie möchten sich besser fühlen. Und dann sind sie aber sozusagen so sehr davon fixiert und besessen, dass sie auf die Signale des Körpers scheißen und das komplett ignorieren. Und das ist dann halt the ticket to Snap City. Es ist schon schade, dass es keine einfache Lösung gibt für all diese Probleme. Gibt's schon. Hieb eine Kette mehr an und... Die ist simpel, die Lösung, aber die ist nicht einfach. Weil du musst dich anstrengen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ja, ja. Simple, not easy. Nothing worthwhile comes easy, right? Also das ist ja genau das, was mir immer wieder klar wird, auch mit, weil wir vorhin viel über dieses Personal Trainer Leben und diese Selbstständigkeit geredet haben. Es ist schon simpel, wie man sowas erfolgreich gestaltet. Aber es ist halt dabei auf dem Weg überhaupt nicht einfach. Ja. Also das ist genau das Gleiche mit diesem auf Instagram die ganze Zeit so ein auf Heidi Dye Entertainer und ich hab die beste Laune der Welt zu machen, damit Leute ihr Handy aufmachen können und da immer jemanden sehen, der total perfekt gelaunt ist, während sie selbst eigentlich... Aber da krieg ich auch voll den... Also wenn jemand da permanent nur so... Da krieg ich richtig... Nee. Weil ich weiß, dass es fake ist. Aber dafür machen Leute halt das Handy auf, um entertaint zu werden. Also sehr viele Menschen einfach machen dafür das Handy auf, um entertaint zu werden. Und ich hab mich ja da jetzt auch so ein bisschen zurückgenommen, weil ich das einfach... Also jetzt nach zehn Jahren Personal Training oder mehr inzwischen... Wenn du immer wieder den gleichen Lifecycle der Fitness von Leuten siehst und erlebst, dann fängst du einfach... Also irgendwann hast du einfach verstanden, dass wir einfach in einer Jojo-Effekt-Welt leben, in der wir irgendwie auf der einen Seite mit gutem Wissen und Gewissen Menschen irgendwie die Möglichkeit geben wollen, das selbst ändern zu können, aber halt permanent erleben, dass Menschen das in den meisten Fällen gar nicht bereit sind zu ändern. Die wollen das ändern, wenn es einfach wäre, aber wirklich die Bereitschaft, es zu ändern, also nothing happens till you do something. Aber das ist zum Beispiel auch... Es verändert sich nichts, wenn du dich nicht veränderst. Und das ist eine Sache, die ich ja zum Beispiel bei mir auf dem Kanal schon immer quasi propagiert habe. Ich hab ja noch nie dieses Hey, Sixpack, abnehmen, dicken Bizeps, dicke Titten, Lifestyle, Fitness, Content-Gedöns gemacht, sondern bei mir ging's halt immer mehr um das Gefühl, um halt sich gut fühlen, um Gesundheit, um einfach funktionelle Fitness und nicht um hier geil aussehen. Wenn du geil ausziehst, dann kommt das halt nebenbei von Full of Function. Das heißt, bei mir ist das so und ich denke mal bei nahezu jedem auf diesem Planeten ist es auch so, dass wenn man hart trainiert hat, hat man danach nicht Bock auf einen Käsekuchen, sondern auf ein ordentliches Steak mit Brokkoli. Also auf ordentliche Nahrung, weil man halt einfach nach dem Training gut regenerieren möchte. Und ich denke, dass die meisten Menschen... Das sehe ich komplett anders. Ja, okay. Digger Käsekuchen, best im Training, vor dem Training, nach dem Training. Digger Käsekuchen all day. Ja, okay. Als Nachtisch dann, aber ich kann jetzt nicht aus dem Training rausgehen und dann einfach direkt so, boah geil, Kuchen oder so. Und ich liebe Kuchen. Und ich liebe generell die Süßigkeiten. Hands my overweight. Aber deswegen ist es halt einfach auch so... Aber deswegen ist es halt einfach bei vielen so... Vielleicht ist es halt auch nur meine Blase so, weil die Leute, die ich kenne, die meisten davon, da ist es halt einfach nach dem Training hast du halt einfach Bock auf gutes Essen. Und wie dieses gute Essen aussieht, ist dann natürlich wieder Definitionsfrage. Verfügbarkeitsfrage auch. Also wie viel Aufwand muss man betreiben, um gutes Essen dann zu haben? Ja, absolut. Natürlich, klar. Das ist natürlich... Das ist die nächste Hürde. Das ist die nächste Hürde, genau. Aber grundsätzlich ist es halt so, dass die Menschen, dass ich Content ja generell für Menschen mache, die halt fit sein wollen, ohne ihr gesamtes Leben dafür zu opfern und eben auch einfach nicht nur im Spiegel geil aussehen, sondern sich halt auch geil bewegen können und geil fühlen können. Ich kriege ja super viel Feedback von den Menschen, dass sie halt Rückenschmerzen weg sind, dass halt, was weiß ich, sie sich wieder viel besser bewegen können, Einkäufe, Kinder spielen, sonst was, also dass sie halt, hey, früher bin ich immer total, konnte mit meinem Kind auf dem Spielplatz nicht mithalten, jetzt bin ich da und voll am Performen und sehe die ganzen anderen Väter, die halt irgendwie gar nichts machen und nicht, und nach einmal hinterher rennen, schon irgendwie nicht mehr können und so und vielen Dank und blablabla. Also ich kriege da schon viel Feedback von den Leuten, die halt mit der Kette einfach ihr Leben verändern konnten und das gibt mir natürlich auch jedes Mal wieder Feuer weiterzumachen. Ich finde das krass immer wieder, also bei mir funktioniert ja so ein Selbstbestrafungsmechanismus und so Selbstsabotage ist ja bei mir ultra, bei dir ja durchaus auch, das hast du ja mit dem dystopischen Umgang mit Alkohol jetzt so ein bisschen hinter dir gelassen, du hast dich ja damit schon immer so ein bisschen selbst manipuliert. Ja, ja klar. Du wärst ja schon viel weiter gewesen, wenn du, also bei mir war es ja immer mit dem konstanten Overtraining, also dass ich immer, immer nach dem handeln musste, mehr trainieren bringt mehr, und erst seitdem ich wesentlich weniger trainiere, habe ich wesentlich mehr Erfolge. Ja. Weil ich einfach permanent vorher viel zu viel trainiert habe und immer davon getrieben war, dass nie genug und du bist, du musst immer mehr machen. Das war ja so das klassische Muster, das ich immer verfolgt habe. Aber das macht so viele Dinge für mich sind so schwierig, weil ich ganz viel immer über so diese Kompensationsmechanismen einfach mit der, also es ist ja grundsätzlich eine gute Eigenschaft, eine hohe Arbeitsbereitschaft zu haben, es sei denn, du arbeitest dich halt immer kaputt. Ja. So du kannst ja da auch wieder in die andere Richtung ausschlagen. Es gibt überall zu viel, ja. Und das haben eigentlich ganz viele, eigentlich ist das Problem von den allermeisten immer ein zu viel von dem Falschen oder halt ein zu wenig von dem Richtigen. Aber die meisten Leben ändern sich, wenn sie aufhören, zu viel von dem Falschen zu machen. Also zu viel Binge-Eating oder zu viel, also Binge-Watching. Genau, also es ist immer eigentlich immer dieses Overdue, weil wenn sie das nicht machen würden, dann würde so viel Kapazität und Zeit frei werden, dass die andere Sache nicht mehr so kompliziert ist. Ja. Also ich meine, es gibt immer diese positive Affirmation, dass man irgendwie sagt, ja, mach doch von dem einfach mehr und das funktioniert für einige bestimmt. Ich merke aber immer mehr, dass das System Restriktionen The power of less. Für ganz viele, also auch so Restriktionen zu sagen, du machst einfach nicht mehr. Erstmal eine Sache und guckst, was mit deinem Leben passiert. So, weil du so Single-Focus und dann Restriktionen hast und es ist ja total negativ, aber so funktioniert es in anderen Bereichen auch, das Leben, wenn du jetzt irgendwie sagst, du wechselst den Job oder die Partnerschaft, weil du merkst, was du nicht mehr haben willst. Ja. Das ist vielleicht nicht der positivste Weg, mit sowas umzugehen, aber es ist unfassbar effektiv, erstmal auszuschließen, was du nicht willst. So meine Kumpels wollen alles, ich mit den Playstation spiele. Dass ich in die Warzone gehe mit meinem Bruder und mit Fabian und so und ich sage, ich kann mir keine Playstation kaufen, weil ich werde nach dem ersten Abend, an dem wir gespielt haben, jeden Tag spielen, weil ich süchtig bin. Ja. Und weil ich weiß, dass ich diese Suchtveranlagung habe, auch genetisch, was es ja gibt, so ist es ja erblich, natürlich, mache ich nichts außer Arbeiten, wonach ich süchtig bin. So. Weil das Positive beim Arbeiten, wenn du danach süchtig bist, es verbessert immerhin die monetäre Grundordnung deiner Situation im Leben, weil du in der Welt, in der du dir mit Geld Sachen ermöglichen kannst, wenn du es vernünftig anstätzt, immerhin Sachen ermöglichen kannst. Süchtig nach Videospielen, Alkohol, THC, irgendwas genommen, das ist nur destruktiv. Und sich kaputt arbeiten ist auch nicht nachhaltig. Ich wollte gerade sagen, sich kaputt arbeiten oder zu viel arbeiten, ist halt auch destruktiv. Aber du hast dann zumindest erstmal ein wirtschaftliches oder monetäres oder strukturelles Outcome, was dir Potenzial gibt. Es ist das bessere Übel, definitiv. Süchtig bist du so, das ist ja schwierig, wenn du so eine addictive personality hast, muss ich dir ja nicht sagen, aber ich muss die halt irgendwo hin kanalisieren, dass es mir was bringt. Und mir macht das ja auch nach wie vor Spaß. Süchtige haben immer Spaß an dem, was sie machen. Das ist ja das Ding, ich bin ja auch so ein krasser Workaholic gewesen und zum Teil auch immer noch, nur ich hatte irgendwann halt so den Break, wo ich mich von diesem maximalen Kaputtarbeiten halt lösen konnte und zwar an dem Punkt, wo ich halt einfach Papa geworden bin zum wiederholten Male und einfach dann gemerkt habe, ich möchte nicht diese wunderschönen frühen Kinderjahre nicht miterleben. Das hatte ich beim Erstgeborenen. Bei dem habe ich halt quasi die gesamte Kindheit verpasst. Weil du nur gehasstet hast? Weil ich nur gearbeitet habe, weil einfach, da gab es auch noch, da ist auch noch mehr zu erzählen, aber das möchte ich jetzt hier nicht erzählen. Auf jeden Fall habe ich viel, 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 viel gearbeitet und habe mir dann halt geschworen bei den anderen beiden, ich möchte nicht mehr der Papa sein, der dann halt so eins, zweimal die Woche dann da ist und zwei Stunden Quality Time, sondern ich möchte viel mehr von meinen Kindern auch erleben. Ich möchte viel mehr Teil ihres Lebens auch sein. Sie mit in die Schule bringen, abholen, mit ihnen halt Sachen machen, mit ihnen spielen und sonst was und eben nicht nur diese eins, zwei Mal in der Woche, weil Papi sonst den ganzen Tag nur arbeiten ist. Das hatte ich halt bei meinem ersten Sohn die ersten Jahre hatte ich das nur, dabei habe ich Workaholic von früh bis spät, fünf Uhr das erste Personal Training, abends um neun Uhr den letzten Kurs, Gym abgeschlossen, bumm, so von fünf bis 22 Uhr gearbeitet und zwischendurch natürlich noch trainiert und so, aber insgesamt halt nur gehustelt. Dann halt noch das Buch geschrieben, in der Zeit, am Wochenende durchgearbeitet, also für mich war halt wirklich 24-7, 365. So, und das habe ich gesagt, das möchte ich nicht mehr. Also diese 80 Stunden plus in der Woche ging einfach nicht mehr. Also es ging damals, wo man halt noch jünger war, wo man weniger Verantwortung hat, je mehr die Verantwortung dann in mein Leben kam, desto mehr habe ich gemerkt, nee, ich will nicht mehr 80 plus Stunden in der Woche arbeiten. ich möchte und kann das auch gar nicht mehr, weil ich möchte halt Teil meiner Familie sein, ich möchte Teil meiner Kinder sein. Aber das hat ja auch erst funktioniert bei dir damit, dass was anderes quasi... Absolut, davor habe ich es gar nicht gesehen, davor habe ich einfach nur gerne gearbeitet und viel gearbeitet, um mir auch mein Leben zu ermöglichen, um halt zu sagen, hey, hier mal dahin und in Urlaub und gib ihm alles mögliche. Also das konnte ich mir auch nur leisten. für mich zum Beispiel crazy, weil danach habe ich gar keinen so... Doch, ich bin voll der World Explorer. Ich liebe es zu reisen und irgendwelche Länder zu... Einer meiner größten Träume ist noch mit Schlittenhunden und allem einfach so ein guided Snowboard durch die... Finnland oder was? Nee, durch die Arktis. Okay. Einfach da, boom, zwei Wochen. Ja, aber kostet 10.000 Euro, so ein... Pro Person. Ist schon eine Nummer. Ist schon kalt auch. Ja, aber gut. Machst du barfuß? Natürlich barfuß auf dem Snowboard. Hallo? Nein. Wenn du barfuß machst, würde ich sie bezahlen. Wir kommen ins Geschäft. Ich fange schon mal an zu sparen. Ja, aber das sind halt so Sachen. Mach deine Gopel auf deine Füße und dann finanziele sie bei Onlyfans. Okay, das ist natürlich... Man hat heutzutage so viele Möglichkeiten. Du, warst du alles... Also, warst du alles... machen könntest, wenn du bereit bist, deine Seele aufzugeben. Ja, und das ist... Deine Füße kannst du nicht verkaufen, Digga. Meine? Nein. Natürlich, ich habe so eine Krüppelfüße. Das ist es ja. Jaja. Es gibt... Für alles gibt es Abnehmer. Wir rollen jetzt dieses Thema hier nicht auf. Nein. Ich habe also... Meine Insta-DMs. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber... Bro. Es ist... Die Abgründe der Menschlichkeit. Manche... Manche ja. Manche ja. Aber ich muss wirklich sagen, ich habe überwiegende Teile, also 95% meiner gesamten DMs sind einfach nice. Okay. Wirklich, wirklich nice. Nur 5%, wo entweder sehr abschaumäßig... Kriegst du so Hate-Nachrichten? Und Hate kriege ich so gut wie gar nicht. Okay, ja. Also deswegen sage ich so, das ist wirklich so gut wie gar nicht. So Hate-Nachrichten wirklich so weniger als 1% und die anderen 4% sind halt so merkwürdige Angebote. Ja. Ich habe relativ viel Creeps inzwischen. Weiß auch nicht, was die von mir wollen. Neul vielleicht. Keine Ahnung. Komische Dinge gibt's. Das heißt, jetzt haben wir bei dir Linear Alba, Rectus-Diastase-Therapie. Ey, Digga, du bringst immer so neue Sachen mit. Ich frage mich, aber ich muss mal ausüberlegen für mich. Ich brauche ein paar neue Probleme. Du, komm doch einfach mal zum Jiu-Jitsu. Nee. Danach hast du einen steifen Nacken. Ich weiß schon, warum ich sowas nicht mache. Es wird mir immer wieder klar. Kapseln sind auch so ein fieses Ding. Ey, du, ich habe lange. Ich kenne mich aus mit. Ja, ja. Ich mache das nicht nochmal. Handball und Kapseln ist auch super an den Händen. Guck dir diese, ich sag ja, diese Bauarbeiterpranken. Guck dir die Bauarbeiterpranken an. Jede Kapsel war kaputt. Und die hier ist am, ja, das ist, der zeigt um die Ecke. Der linke Mittelfinger. Meine sind so gnubbelig. Ja. Du hast eine richtige, du hast eine richtige Hobbit-Pfoten. Voll. Geht. Du hast, ja, also eigentlich, Leute, nehmt euch ein Beispiel an Johannes Hennen. Der trainiert, er tut so, als würde er wahnsinnig viel damit trainieren. Die sehen trotzdem sehr gepflegt aus. Natürlich. Sonst reißen der die Blasen die ganze Zeit auf. Richtig. Ich habe damit tatsächlich gar keine Probleme. Ja, Nico auch nicht zum Beispiel. Ich mache halt auch einfach keinen Crossfit mehr. Aber ich habe auch keine Griffkraft. Deswegen vielleicht, deswegen reißen wir die Hände immer auf. Deswegen muss ich die pflegen. Wegen, weil du so viel Reibung... Ne, ich weiß nicht warum. Also auch bei Klimmzügen, bei Klimmzügen zum Beispiel auch, ich muss immer mal Affengriff hängen. Also wenn ich so Fullhand-Grip habe, reiß ich mir immer so. Da habe ich aber auch immer mehr Probleme gehabt. Ich habe auch immer so Dead... Auch beim Deadliften. Ich habe die immer in den Fingern. Also immer im Affengriff. Ich habe die nie in der Hand. Wirklich? Ja, weil mir die Hand sonst... Einfach Hook-Grip. Einfach Hook-Grip. Ja, Hook-Grip dann, aber auch nur eine Rap so mal, aber... Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie eure Hände so aussehen und was ihr dafür macht, dafür, dass die schön und geschmeidig bleiben. Und ansonsten haben wir es wieder geschafft, hier eine Stunde Zeit zu verbringen. Hat mich sehr gefreut. Nice. Haut uns unten alles rein, was ihr denkt, worüber wir reden sollen. Wie ihr denkt, dass wir Johannes Schwangerschaftsfolgen vom dritten Kind jetzt dann endgültig therapieren sollten. Aber ansonsten, denkt an die Rabatte bei Vivo Barefoot und bei MyProtein. Denkt an den Code Fritz und den Link in der Beschreibung, denn ihr unterstützt den Podcast und mich leider nur, wenn ihr über den Link geht bei MyProtein. Da kennen wir uns schon ein paar Jahre raus. Das ist immer das Ding. Also der Code Fritz reicht leider für euch, dass ihr Rabatte bekommt. Genau. Aber ihr supportet dann leider nicht uns, wenn ihr nicht auf den Link klickt. Deshalb, wenn ihr was bestellt, kurz überlegen, ah, hier bei Fritz über den Link gehen und dann ist der Support auch da. Ihr zahlt dadurch ja nicht mehr, aber wir kriegen dadurch ein bisschen mehr Ansehen bei dem Protein-Sponsor unseres Vertrauens. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao. Ansonsten bis zum nächsten Mal.